Farmen können kaputt gehen, oft Fehler aufweisen und vielleicht auch von Anfang an nicht ganz richtig funktionieren. Und um so eine Dinge muss man sich in Minecraft tatsächlich auch kümmern. Ich zeig's zwar nicht oft, aber in dieser Folge werde ich euch einmal zeigen, was oft im Hintergrund passiert. Und was mir auf dieser kuriosen Tour fürs Reparieren von Farmen so alles passiert ist, das ist auch schon wieder unmenschlich. All diese Clips sind im 12-Stunden-Stream entstanden, also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu ein bisschen müde wirke. Ich war an dem Tag echt irgendwie mega tot. Und dann schaut gerne auf Twitter vorbei, jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag bin ich dort ab 20 Uhr live. Und jetzt rein in das Video. Also ich weiß gar nicht, wie das irgendwie in den Videos eingebaut werden soll oder wie das überhaupt funktionieren soll, dass das irgendwie chronologisch gesehen passt. Ihr seht es, ich hab 300 Level. Ja, ich hab die auch nicht umsonst, ich hab die nicht umsonst bekommen. Denn ich stand natürlich, so wie man mich kennt, an der Goldfarm-Testweise AFK, um mir das Ganze anzugucken und mir war irgendwo schon bewusst, dass wir vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten nochmal ändern müssen und dann nochmal ran müssen auf jeden Fall. Und es gab ein sehr, sehr kleines Problem. Das blende ich euch mal hier ein, was passiert ist. Weißt du, was ein dickes Problem ist? Der Drop-Grade-Schwerter von anderthalb Stunden Farming-Betrieb. Die ganze Zeit. Schlecht, Digga. Ach du, ach du. Hör doch auf! Jedoch sind die Blöcke, wo der Piglin drauf gespawnt ist, die sind schon Spawn-Poof glücklicherweise. Das hab ich direkt, nachdem ich das gesehen hab, hab ich den direkt Spawn-Poof gemacht. Das ging gar nicht. Aber das war nicht das einzige Problem, was passiert ist. Denn ich habe hier auch noch einen Mini-Piglin gefunden, der hier auf diesem Digga, der ist einfach da gespawnt. Der ist auf dem Keramik-Block gespawnt. Oder eventuell auf dem Holzdarm. Ich würde das jetzt einfach erstmal so lassen, wie es ist. Die Holzblöcke habe ich auch schon Spawn-Poof gemacht. Und es dann halt nochmal austestet. Falls es nochmal passiert, müssen wir dann nochmal kurz ran. Aber dürfte nicht allzu viel Arbeit sein. Also vor mir nicht. Aber das sind ja irgendwo nur zwei Kleinigkeiten. Während so Kleinigkeiten würde ich diese extra Aufnahmen nicht machen. Zumal auf der anderen Seite dieses wunderschönen Portals hier auch jede Menge passiert ist. Was ich euch aber erst später zeige. Denn das Haupt-Haupt-Haupt-Riesen-Problem ist, dass leider diese Dropper, die wir hier gebaut haben. Was ich so aufwendig gemacht habe, weil ich mir auch irgendwo schon gedacht habe, dass es nicht reicht. Ja, die reichen halt nicht, ne? So wie gesagt, die reichen einfach nicht. Das sind zu wenig Dropper, beziehungsweise nicht zu wenig Dropper. Die Dropper an sich müssten eigentlich reichen. Das Problem ist eher, dass die Items werden hier rausgeschossen, ne? Und dann fallen die da in die Mine-Cards. Und durch die Mine-Cards, die da stehen, Digga, wird es im Prinzip nochmal gedroppt. Und dadurch bildet sich ein unendlicher Item-Fluss, beziehungsweise Item-Stau. Und der Item-Stau wird halt je nach Menge der Items immer weiter nach oben gezogen und geht immer weiter hoch. Und somit ist dann irgendwann die Farm verstopft. Und dann wird es nämlich noch interessanter, denn bei meinem Test war es so, dass der Stuff dann hier drüber geschlittert ist, dort gelandet ist und dann bis nach oben gekickt worden ist. Was halt nicht das Ziel ist. Außerdem, seht ihr auch, da ist ein Knopf. Hier sind auch Mobs gespawnt und Entities, die dann, ähm, ja, den, ja, diese DXP-Weiterleitung sowie auch die Item-Weiterleitung im Prinzip verhindert haben. Gibt viele Fehler, die gilt es jetzt erstmal zu fixen. Eigentlich ist der Hauptpunkt, wie gesagt, erstmal nur das hier. Ich werde jetzt als aller, allererstes mir überlegen, wie kann ich die Drop-Station effizienter bauen, umbauen. Da müssen wir leider nochmal Hand anlegen, dass das am Ende wirklich einwandfrei, ohne große Probleme funktioniert und wir uns hier nicht so einen riesen Kopf machen müssen, äh, diesbezüglich. Ihr seht jetzt unsere Kopfschmerzerei, die hier im Stream wahrscheinlich unfassbar wird. Ähm, seht ihr jetzt alles in der wunderschönen Timelapse. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Willkommen zurück aus der Timelapse. Wir haben jetzt jede Menge geschafft. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Und zwar habe ich hier das, ja, ich habe es Kabelmanagement eigentlich genannt. Das habe ich nochmal umstrukturiert im Prinzip, habe das nochmal verändert, weil es ja hier echt viel war. Außerdem habe ich die Dropper hochgesetzt und die hier sind ja komplett neu entstanden. Und im Prinzip sind jetzt vier Dropper hierfür zuständig. Die droppen hier, dann fällt der SAF direkt nach ganz unten und dann sind vier Dropper hier zuständig. Die droppen das einfach nach hier unten. Hier wird es dann von den Pisten einfach ganz locker, easy going, per Under Clock weitergekickt. Von da aus geht es dann auch nach da und dann droppt der gesamte, der gesamte SAF, also wirklich all der SAF nach hier unten auf unseren magischen Block. Und von da aus geht es dann weiter via dem Sortiersystem. Und dieses Drop-System da oben sollte jetzt auch funktionieren. Kann man halt erst testen bei einem langen Test so. Vorher geht es halt leider nicht. Das muss ich halt irgendwann testen, wenn ich irgendwie wieder acht Stunden oder so auf Kart stehe. Und dann einfach hoffen, dass es geht. Aber wir haben ein weiteres Problem. Der Stream weiß es schon. YouTube noch nicht. Denn wenn ich einmal hier in unser Portal gehe, wo ja der gesamte Staff im Prinzip reinkommt. Das Portal, was ultra wichtig ist. Digga, wenn ich da jetzt einmal reingehe, seht ihr, wir haben ein Piglin-Problem. Denn die Piglins können seit der 1.16, was mich übel anpisst. Oh, meine Freundin ist da. Schreibt, meine Freundin ist da. Ich muss kurz meine Freundin reinlassen. Oh, das kommt ja perfekt zur Aufnahme. Äh, wir sind wieder da. Auf jeden Fall ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit in der 1.16 da. Da das halt in diesem Portal bleibt. Also da, wo ich nichts setzen kann, um das Spawn-Proof zu machen. Piglins spawnen. Und diese Piglins werden direkt, die sobald sie da drin spawnen, natürlich teleportiert und kommen dann auf der anderen Seite raus. Bedeutet, sie lagern sich alle hier. Hier kommen dann Schwerter hin oder so. Die Schwerter sammeln sie auf, droppen sie neu und somit ist unser gesamtes System für den Arsch. Ich als schlauer Dude und mein Chat als schlauer Chat haben uns natürlich schon eine ultimative Lösung einfallen lassen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr die Mechanics kennt, aber Schildkröten-Eier ziehen diese Piglins an. Bedeutet, theoretisch, wenn wir hier ein Schildkröten-Ei setzen würden und hier einmal eine Drop-Station mit Falltüren, werden die Piglins, die hier rauskommen, sehen das, gehen da hin, gucken so, ähm, sehen die Falltüren nicht, fallen runter, sterben und dann Fallschaden. Genau sowas passiert halt, ne. Die Villager Trading Hall ist so konzipiert, dass wenn ich am Ende der Villager Trading Hall stehe, die Trunks mit den Carpet-Dupern geladen sind, aber wie auch immer die Feuer nicht. Bedeutet, die Carpet-Duper dupen, die dupen, die dupen, die dupen. Die Items bleiben hier irgendwo liegen, aber verbrennen nicht. Am Ende haben wir hier Millionen Items, die mein komplettes Game auf 1 FPS und weniger droppen, dass mein Game nicht mehr funktioniert. Das geht nicht, das schützt durchgehend dann ab. Das ist mir einmal passiert, ich konnte es glücklicherweise fixen, soll aber nicht auch mal passieren. Bedeutet, wir müssen irgendwie einen An- und Ausschalter bauen, der uns ermöglicht, dass wir diese Carpet-Duper an- und ausmachen können, wie wir wollen. Ähm, dass sie wirklich nur angehen, wenn halt dann auch die Farm läuft, beziehungsweise wenn ich die Trunks lade. Das sind noch die zwei Fixes, die anstehen. Und danach sollte die Gold-Farm grundaus komplett funktionieren, falls natürlich unsere Piglin-Idee mit dem Schildkröten-Ei anziehen, fallen, sterben und was auch immer so aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Die Redzone-Verkabelung seht ihr auch in der Timelapse. Let's go, rein da. Ja, wir haben jetzt hier eine sehr smarte und innovative Lösung gefunden. Einmal auf der Seite gibt es jetzt den Käfig. Anders kann ich es nicht nennen, einfach der Käfig, Digga. Falls hier Dinger spawnen sollten, die nicht instant teleportiert werden sollten, warum auch immer. Sagen wir, das passiert einfach, da können die trotzdem hier hinlaufen, laufen dann da im Prinzip gegen, weil die das töten wollen, fallen dann hier runter, laufen da rein und sterben anhand der Wither-Rosen. Wither-Rosen übrigens auch einer der wenigen Sachen, wo Piglins dran sterben können. Und wenn wir hier jetzt mal durchgehen, das habt ihr gerade schon gesehen, denn da ist jetzt jede Menge passiert, Digga. Hier steht nicht nur ein Ei, hier stehen viele Eier, damit die davon richtig getriggert sind. Die müssen darauf richtig pisst sein, die kommen so, also werden spawnen, werden dann durch das Portal geschickt und danach sehen die so, Bruder, da sind Eier und dann müssen die hier hinrennen und werden hier ebenfalls getötet. Ich hoffe mal, das funktioniert. Es gibt jetzt noch keinen Test, ich muss das wieder im langen Test im Prinzip ausmachen. Also 8 Stunden AFK schon und dann mal gucken, wie es workt oder wie es nicht workt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich funktionieren sollte. Wir haben jetzt hier einen Teppichduper Ein- und Ausschalter, denn ich habe von außen so eine kleine Wetstone-Line rangebaut und mein Chat belieft nicht so richtig, aber guck mal, Digga, das sieht so aus wie ein Einkaufswagen, hä? Übel der Einkaufswagen einfach. Aber das funktioniert ganz easy, das ist im Prinzip nur eine Wetstone-Schaltung oder eine Wetstone-Linie eigentlich, die bis nach da unten läuft. Dort wird dann der Trichter gepowert, wenn der Hebel unten ist, also an ist, ebenfalls auf der anderen Seite. Und wenn ich ihn jetzt hier hoch mache, wird der Trichter nicht mehr gepowert. Das Item in der Trichterglocke hier unten, die im Prinzip diesen Pisten betreibt, wird hin oder das Item wird hin und her geschossen. Danach werden die Kabels gedubt, gehen nach da hinten und verbrennen halt dann, ne? Aber wir haben ja jetzt die Goldfarm im Prinzip gefixt, Digga, hier funktioniert soweit alles. Alles sollte jetzt mal endlich in besser Ordnung sein mit der Goldfarm und auch auch worken. Nicht nur die Goldfarm macht Schwierigkeiten, auch nicht nur die Baumfarm hat in letzter Zeit, ja, Schwierigkeiten gemacht, sondern wir haben auch ein kleines, kleines weiteres Problem. Wir fliegen jetzt zu einer sehr alten und, ich würde fast sagen, unbenutzten Farm, aber sie ist halt nicht unbenutzt. Da gibt es ein, ja, was heißt, einige Sachen zu erneuern. Eigentlich müssen wir nur zwei Blöcke setzen und einen neuen Freund finden. Ja, leider ist eine, ja, ein sehr wichtiges Tier gestorben, würde ich fast sagen. Ja, ich bin so ein Profi, Digga, ich hatte hier richtigen Koordinaten. Gucken wir mal hier, was ist denn hier inmitten des Nichts im Bedrock? Oh nein, Digga, eine sehr alte Area, was viele wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich einfach gar nicht kennen, Digga. Was viele wahrscheinlich so noch nicht im Projekt gesehen haben, und zwar die Wither Skelettenfarm. Hier nehmen wir immer die ganzen Wither Skulls, die wir brauchen, um irgendwie, weiß ich nicht, was auch immer, um Beacons zu farmen oder um Wither Skulls an sich einfach so zu verschwinden. Ja, war damals ein ordentliches Projekt. Hier spawnen zwar alles noch und das ist auch schön und gut, dass das so funktioniert. Mashallah, die Wither Skelettfarm, Digga, die ist ordentlich, die ist ordentlich am Worken. Problem ist, seht ihr das hier? Ja, eigentlich sind hier zwei Hunde für eingeteilt. Zwei Hunde sind dafür eingeteilt, die Wither Skeletten jeweils zu töten, damit die vollautomatisch im Prinzip laufen kann und die voll AFK im Prinzip stellen kannst. Problem ist, irgendwie hat ein Wither Skelett es anhand des Fallschadens, den sie bekommen, wenn sie hier runterklatschen. Daran hat ein Wither Skelett es geschafft, einen Hund zu töten und jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Bedeutet, wir müssen jetzt ein Nether Portal bauen, müssen irgendwie in der Oberwelt einen Hund zähmen, die dann mit hierher bringen, hier reinschmuggeln, irgendwie, Digga, und müssen dann den Hund in das Minecart setzen und dafür würde ich sagen, setzen wir als erstes erstmal das Nether Portal. Und guck mal jetzt, satisfying, satisfying, pass auf. Das war echt satisfying, Digga. Ja, so, warte, dann setzen wir hier das Nether Portal einfach rein, Chat. So und so. Nether Portal steht rein da. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Hallo. Hallo. Mitten im Nichts. Mitten im Nichts. Digga, nice, okay. Wir müssen hier nach oben und setzen das Portal erstmal in die Oberwelt, damit wir mit den Hunden da gut hinkommen. Wir sind übrigens dick im Ocean, nice, Alter. Digga, Minecraft Ocean, Alter, nice. Feier ich. Okay, alles gut, wir wurden nicht begraben. Wo sind wir hier? Wir sind irgendwie, ich kann hier noch nie gewesen sein, Digga. Wir sind bei 23.000. Digga, wir sind 23.000 Blöcke vom Spawn weg. Sind da Blumenkästen? So, dann zack. Perfekt, dann testen wir einmal, ob das Portal funktioniert. Aber müsste eigentlich, müsste eigentlich, ja, 1a, okay, perfekt. Junge, wie satisfying. Das ist ja wunderschön. Digga, hier ist halt... Was ist denn das für ein Dorf, Alter? Das Dorf ist ander... Was ist das denn? Was? Das, Digga, das muss selten sein. Das muss selten sein. Das muss selten sein. Wir haben denn unser Wasserdorf gespawnt in einem Villager-Dorf, gespawnt in einem Wüsten-Ocean-Biom, oder was? Wo circa am meisten Wölfe spawnen. Gibt es da irgendein Biom für, oder so? Mann, wie geil. Guck, wie... Was? Digga, was? Auf Höhe 162. Wir brauchen ein Tiger-Biom, aber was... Wie sehen Tiger nochmal aus? Sind Tiger diese Schwarzeichenwälder? Ja, 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 ja. Ähm, heißt irgendwo hier in der Nähe wäre ein Tiger-Biom halt ultra, ultra wild, Digga. Dass wir einmal richtig viel laden. Ich brauche ein Tiger-Biom. Da... So und nicht anders, Digga. So und nicht anders, liebe Minecraft-Welt. Genau so. Ja, okay, Digga. Lieber Wolfi. Wie, 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 lieber Wolfi. Ich würde aber gerne noch zwei holen, damit wir zwei auf Paarungsebene haben. Seid die neuesten Updates, Digga. Seid die neuesten Updates, wenn du mit hoher Chunks sichtweitenspielst. Es ist einfach so wunderschön. Ich brauche echt einen besseren PC. Also, guck mal, es ruckelt jetzt schon ein bisschen, eigentlich. Ist halt übergeil mit so vielen Schakten. Guck mal, Digga, wie sich die Welt einfach generiert. Ähm, seltene Sachen, 15 Knochen. Wie, 15 Knochen? Weißt du, keine seltene Sache, oder? Wenn du Freunde siehst, sag Bescheid... Jungs! Ja, ich brauche euch, euch alle. Kommt her! Ja, die Gang, komm her So, nicht anders, okay, perfekt Wir haben alle Dogos Ich glaube, wir haben alle Dogos gezähmt, oder? Ey, Junge, du merkst es nicht mal, wie selten das war, dass du 15 Knochen gebraut hast Weißt du, wie selten das ist? Ich weiß auch nicht, wie selten das mit 15 Knochen ist, keine Ahnung, ist das selten? Einmal paar hunderttausend Echt? Das ist krank selten Holy shit, wirklich, woher wisst ihr das? Hat Basti sowas schon mal gemacht, oder was? Was ist denn das? Es ist so selten, ja, ja, sehr selten Äh, ja, Basti hat 80 Hunde für Knochen gebraucht, oder so Oha Da hinten ist unser Portal, seht ihr? Und da ist dieses weirde Biom, Alter, holy shit So, und jetzt fliege ich einfach einmal quer ab durch Bitte ankommen Ja, ja, wir haben die Dogos Okay, saved Hauptsache, die pinnen sich gleich nicht alle zurück Da ist alles gut Ich habe eh, ähm, vier Wölfe Habe ich eh einfach nur Ja, einfach nur nice to have, weißt du, wie ich meine? Ja, ey, was geht? Was geht? Kommt mal alle her Kommt mal alle her Jungs, alle, antanzen bitte Einmal bewegen, Jungs Einmal bewegen, bewegen Kommt bitte einmal alle in die Ecke hier Dankeschön Und jetzt pflanzt ihr euch einmal bitte alle Auf euer schönes Papierchen, zack Das Netherportal bauen wir mal wieder ab Weil die Blöcke nicht spawnproof sind im Netherportal Ich brauche eigentlich nur einen Wir haben jetzt fünf, glaube ich Also vier übrig Ne, die Jungs hier unten sind übrig Und der eine Er hier, er hier Hat seinen Spaß ab jetzt Und die anderen vier können wir ja paaren, wenn wir es brauchen Liebes Rüderskelett Du bist Ein Arsch Du hast einfach scheinbar den Wolf getötet, oder so Der jetzt nicht mehr hier ist So, Wolf, Wolf, Wolfi Komm bitte einmal Einmal bitte nach hier tp'n Tp' dich, bitte Bitte tp' dich Renn nicht, tp' dich Tp' dich und fall nicht in die Lava Oder komm her Ja genau, komm her Nein, du musst hier her Nein, nein, nein Nicht die Was? Was? Hä? Bist du dumm? Was machst du? Wirst du angezogen von der magischen Kraft, oder was? Ist da ein Magnet? Werden Wölfe von Rüderskeletten angezogen? Er will die killen, ja, aber mit seinem Arsch, oder was? Also hä, wie will er die denn killen? So, ja, das wird nichts Ja, jetzt Perfekt So, komm zurück Alter Junge, die Farm ist zu produktiv Die Farm ist wirklich zu produktiv Und jetzt muss das Ganze gefixt sein eigentlich Nochmal nachgerechnet 0,05 ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr Ja, ja, war ja War doch, war doch der Call, oder? Dann töt' ich die nochmal einmal Boah, Alter So satisfying So könnt ihr Tötet Die töten die nicht, oder? Der macht nichts Warum macht der nichts? Kann sein, dass die Farm nicht mehr funktioniert Ja, warum kommt denn der Hund jetzt Nein Nicht sterben Das ist ja voll scheiße Was mach ich jetzt? Kann ich die Farm dann nicht mehr nutzen Außer selbst im Prinzip die killen, ne? Die Hunde Die Hunde schaffen das scheinbar nicht mehr Ja, mach mit Autoklicker Ja, ja, deswegen, ja Ja, eigentlich haben wir umsonst die gesamten Doggues geholt Also for real, komplett umsonst Deine Korrektur nochmal Die Hunde bei der Wither Skeletten Farm funktionieren doch Ich weiß nicht, was da los war Aber im Nachhinein haben sie zum Glück doch das gemacht, was sie tun sollten Was mit den Statuen ist Das erfahrt ihr nächste Woche Sonntag um 16 Uhr hier auf dem Channel Also seid da Bis zum nächsten Mal Und ciao